Na, bleib weg. Bleib weg. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Wir haben ihn zumindest noch einmal getroffen. Mein Leben regeneriert sich nicht so schnell. Nein, bleib weg. Ach, ist das knapp. Ist das jedes Mal wieder knapp. Moin, Leute. Willkommen zurück. Wir sind mal wieder in einer schönen Runde Minecraft Bad Wars. Ja, oh, wir kriegen so ein Steine. Und dieses Mal sind alle Teams sogar vollständig. Soll heißen, wir spielen mit einer 4x3er Gruppe. Und diesmal ist kein Abgehauenfeuer. Verwundert mich doch stark. Gucken wir mal. Gleich haut bestimmt mal wieder eine ab. So, dieses Mal auch endlich wieder. Ohne Schweizer Balken oben und unten vom Video. Ich hab das, die letzten Aufnahmen, total verschusselt. Das wollte ich ja schon viel früher wieder machen. Oder ob wir damit anfangen. Und, äh, ja. Hab's einfach so viel verplant. Ein Sorry dafür. Ich hab jetzt sogar einen Merkzettel ganz fett an den Bildschirm mit reingeheftet. Um das nicht wieder zu vergessen. So, wir fangen mal an. Mit einer Brustplatte. Den ganzen Schluss noch. Jut. Damit wir auch schnell abbauen können. Ich hab's. Das ist auch immer klasse. Gut, ähm, was bräuchten wir uns noch? Klar. Wieder ein paar Klötze. Perfekt. Drei Eisen. Damit können wir uns das benötige Schwert holen. Das packen wir da hin. Und dann mal los. Und dann mal los. Sind wir schon in der Mitte? Nee. Doch. Klar, der eine von uns. Hab ich jetzt fast nicht gesehen. Perfekt. Gemacht. Super gemacht. Gehst du weg? Ja, geht doch. Komm her. Komm her. Der ist auch weg. Perfekt. Dann sehen wir jetzt mal zu, ob wir das erste Team schon killen können. Oder rausschmeißen zumindest. Wie man es auch mal nennen möchte. Ja, 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 ja. Da noch was futtern. Ich will uns wieder regenerieren. Na, bleib weg. Bleib weg. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Aber wir haben ihn zumindest noch einmal getroffen. Mein Leben regeneriert sich nicht so schnell. Nein. Bleib weg. Ach. Boah, ist das knapp. Ist das jedes Mal wieder knapp. Nur los, kommt her. Nein. Nein. Ich war noch nicht wieder so weit regeneriert. Schade. Zumindest konnten wir die mal so ein bisschen ärgern. So. Mein Team ist in der Mitte. Oder wo sind die wieder hin? Anscheinend. Dann nehmen wir diesen mit. Ich will gleich wieder zu. War das grün? Ich glaube, das war grün, wo wir eben waren. Ich habe das nicht so mit den Farben, um mir zu merken, welches Team ich war, welches die anderen waren. Weil das war nämlich rot, ne? Aber das war nämlich rot, ne? Die wir angegriffen haben. Ja, das war rot. Und wir sind grün. Okay. Sollte ich mir jetzt hoffentlich merken können. Wer beschießt die da? Unser Team. Ja, klasse. Das ist schön, wenn man sich darauf verlassen kann, dass die die Mitte sichern. Ein bisschen was an Gold holen. Und ich mich dann um die anderen Teams kümmern kann. Und da kommt auch schon wieder einer. Na, geh weg. Geh weg, komm. Perfekt. Schnell sein, schnell sein, schnell sein, schnell sein. Nein. Yes, erstes Bett weg. Und der andere müsste auch runterfallen. Der ist weg. Er kehrt mich jetzt wahrscheinlich. Ja. Gut. War aber gar nicht mehr so übel. War gar nicht mehr so übel. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir früher sterben. Damit haben wir das eine Team auf jeden Fall schon raus. So. Dann schnell mal wieder ausrüsten. So. Ähm, ein bisschen mehr zu Futter nicht vergessen. Wird jetzt eigentlich mal hoffen, dass wir dieses Mal ein bisschen länger überleben. Und nicht so schnell wieder gekillt werden. So. Ein Schwert. Ich glaube, eine Brustplatte habe ich noch nicht. Die fehlt mir tatsächlich noch in der Sammlung. Was heißt denn, ihr Mist? Lief doch super für mich. Ähm, das kommt weg. Was war das? Ich habe alles. Ach, Crap. Er kommt, da nehmen wir erstmal die hier. Recyceln wir mal ein bisschen. Die Rot ist immer noch am Leben. Das kann nie wahr sein. Greift keiner mehr die an? Aber liegt das daran, weil meine Leute die Mittel dominieren. Und ein erneutes zu Rot. Hoffentlich jetzt zum letzten Mal. Ips, da habe ich vergessen, mein Handy lautlos zu machen. Ein Sorry dafür. Ips. Nein, du bleibst weg. Du bleibst weg. So. Jetzt aber. Yes. Hammer. Ein Team komplett alleine ausgescheitert. Gucken wir mal, ob hier was Schönes liegt. Ja, perfekt. Damit können wir uns eine ganz fette Brustplatte holen. Wir können uns Warp Powder holen. Weißt du was? Nee, da ist nichts. Gut. So, das Warp Powder kommt da auch mit rein. Wir können uns auch noch einen Pfeil und Bogen holen. Und deswegen auch was. So, brauchen wir sonst noch was. Ähm, nee, eigentlich nicht, ne. Dann lassen wir den ganzen Rest mal zurück. Oh, Team Gelb ist auch raus. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Machen wir das auch? Das habe ich ja total verpeilt. Ich dachte, wir hätten jetzt das erste Team rausgekickt. Aber dann ist ja echt nur noch blau über. Das ist doch Neues. So, Morg-Midat. Leute, ich komme mit dazu. Wollen wir hier nicht mal einen einfacheren Weg reinsetzen? So, ich mache jetzt mal hier mal einen vernünftigen Weg hin. So. Machen wir den ganzen Stuss hier ab. Und dann bauen wir uns hier mal ein bisschen rüber. Die haben noch keinen Pfeil und Bogen, oder? Ich will jetzt nicht hier sterben. Ich warne dich, wenn mich einer runterschießt. Oh, Crap. Oh, Crap. Nein. Nein. Shit. Shit, der Fluch da. Dann hole ich mir jetzt schnell ein paar Blöcke. Und so noch ein bisschen was. Und dann sehen wir zuerst mal schnell durch die Mitte laufen. Und dann zu Team Rot am besten. Können uns auch hier mal nicht unterschießen. Und dann können wir uns zumindest noch ein paar gute Sachen holen. Perfekt. Ah, ne, der war schon bei Rot. Okay. Dann müssen wir doch zu Gelb. Ups. Aber das soll jetzt eigentlich auch kein Problem sein. Ne, kommen keine Pfeile. Düp-düp-düp-dü. Ja, gut. Hier liegt natürlich ein bisschen was. Ach, Crap. Wie viele Typen dazu gebaut. Dann gib mir doch mal ein Bohn. Pfeile. Perfekt. Kann ich mir schon eine Enderperle dafür holen? Reicht das schon? Das reicht. Perfekt. So mag ich das. Ich hoffe, die machen das nicht im Alleingang. Doch, das sieht aber dann noch aus. Das dürfte vielleicht klingeln. Dann ist das Bett von denen weg. Und damit dürfte die Runde auch schon gewonnen sein. Wenn jetzt nichts Großes mehr passiert. Ne. Der hat irgendwer überlebt. Dreisterweise. Der hängt irgendwer in sein Leben. Gut, das kriegen wir aber trotzdem alles noch ganz easy hin. So, da machen wir was futtern. Ja, da ist er doch schon weg. Ich wollte mich gerade wieder auf den Weg machen. Aber das war gar nicht nötig. Gut. Das war doch eine ganz super Runde mit einem ganz guten Team. Tja, das sieht Team Blau nicht so. Aber egal. Gut. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gerne eine Bewertung gelassen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns die Tage wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gut. Vielen Dank.